MINT ist der kleinste und doch stärkste Tracker der Welt mit Universalfernbedienung. Gerade aufgewacht und Sie können Ihr Handy nicht finden? Drücken Sie einfach auf den MINT und Ihr Smartphone wird klingeln. Sie trinken einen Tee, bevor es zum Yoga geht und möchten noch ein wenig Musik genießen? Verwenden Sie MINT, um Ihre Boxen fernzusteuern und Ihre Lieblingsmusik abzuspielen. MINT unterstützt Sie auch bei der Arbeit. Müssen Sie eine Präsentation halten? Verwenden Sie MINT, um die Folien zu steuern. Haben Sie unterwegs etwas vergessen? Ihr Smartphone wird Sie darauf hinweisen. Oh ja, Sie haben Ihr Portemonnaie zu Hause vergessen. Am Tag oder in der Nacht? Nutzen Sie MINT! Dieser 3 mm kleine Tracker kann an Ihren persönlichen Gegenständen befestigt werden, so haben Sie volle Kontrolle. MINT ist aus rostfreiem Edelstahl, verfügt über eine auswechselbare Batterie, die bis zu einem Jahr hält und ist offen für Fremdsoftware. Sie genießen Ihr Date und möchten ein gemeinsames Foto aufnehmen? Kein Problem! Sie können MINT als Fernauslöser verwenden, um ein Selfie zu machen. Können Sie sich vorstellen, nie wieder etwas zu verlieren? Dürfen wir vorstellen? MINT! MINT! Zinhof! Untertitelung des ZDF, 2020